Ich finde nur diese blinkenden kleinen Dinger da lustig. Ist das ein Bug? Genauso wie der Typ, der da hinten fliegt. Gut. Jetzt bin ich wieder Level 125. Eben war ich kurz Level 3.250. Das ist automatisch so, weil man wird automatisch hochgelevelt. Genauso wie die Waffen von einem automatisch hochgelevelt werden. Aber ihr habt ja gesehen, das hat mich jetzt nicht davor bewahrt, dass plötzlich meine, ähm, ja, dass plötzlich meine Waffe sozusagen, nee, andersrum, dass plötzlich mein Schild weg war und ich bei einem Schuss direkt zack, tot. Aber naja. Das Spiel hat halt noch so seine Bugs, sozusagen. Wir sollen jetzt erstmal zu dieser Mission hier hin. Level 125 Kalender. Wir haben übrigens auch noch Ego-Einheiten verfügbar. Murray-Dock. Hier gibt's nochmal Munition. Ich weiß auch gar nicht, was ich da für eine Waffe gekriegt hab, weil man kriegt ja immer eine Belohnung für so einen Scheiß. Du suchst nach Fallon? Das tue ich auch. Dieser Schmarotzer schuldet meinem Bruder und mir 200 Scripps. Ich habe gehört, dass er sich auf den glückliches Rindschweinfarmen versteckt. Finde ihn und sag ihm, dass die Saltbrüder ihre Kohle wollen. Fallon muss auf den glückliches Rindschweinfarmen sein. Ich sage dem Gesetzeshüter, dass wir uns dort treffen. So, gut. Ja, 500 Meter in die andere Richtung. Zum Glück ist das ein geländetaugliches Fahrzeug. Damit können wir mal eben woanders hinfahren. Ein paar neue Gene? Nein, leck nicht. Ah, ich dachte schon, hier wäre wieder der See. Ich wollte jetzt nicht schon wieder baden gehen. Hier war vielleicht mal See. Mal sehen, ha, ha, ha. Okay, wir sollen tatsächlich auf die Farm. Jupp. Glückliches Rindschweinfarm. Zerstöre die Kokons und alle Hellbugs, die sie beschützen. Scheinbar sind hier schon ein paar Leute am Werk. Das ist ein paar Leute, die sie beschützen. Ach, wir sollen nur die Cucums zerstören. Ah, ich hör grad, mein Handy ist aufgeladen. Ah, ich hör grad. Sob. Einer ist noch da. Okay. Gut. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Diese blöden Käfer haben mich im Haupthaus umzingelt. Hups. Habe ich seine Kühe gekillt? Eines Tages habe ich mein eigenes Boot und segle in die Antarktis. Eines Tages habe ich mein eigenes Boot und segle in die Antarktis. Keine Munition mehr! Ich brauche Munition. Verdammt. Wo ist hier verfickt nochmal Munition? Da ist Munition. Munition, Munition. Munition. Ehrlich jetzt? Und dass dieses Handy auch gleichzeitig immer noch die ganze Zeit sagt, komm hier, ich bin aufgeladen, nehm mich vom Akku, ich geh sonst kaputt. Oh Gott. Hat der sich grad an den Eiern gekratzt? Alter, was geht denn hier ab? Wo ist denn der hingelaufen? Also gut, ich hab einige von den Sachen in dieser Kiste verstaut. Du redest nicht viel, ich respektiere das. Ich rede viel zu viel. Ich kann echt grad ne kleine Pause gebrauchen. Nein, da wurde der Typ hingelatscht. Sieh dir an, wie das Rindschwein rennt. Hör nicht auf, du Bastard. Alter, hör doch mal die Schnauze, Junge. Ich versuch dir hier zu helfen. Keine Munition. Yay. Juhu. Ich hab den Hauptgewinn hier drin versteckt. Die Nadel im Heuhaufen sozusagen. Warte kurz. Oh Mann! Hört das denn gar nicht mehr auf? Ich hab ihn nicht mehr auf. Sorry, ich bin gerade ein bisschen ruhiger. Abgesickte Schrot haben wir gefunden. Nein, lauf doch weg, Mädel! Alter, hau doch ab! Ja, jetzt hau doch ab vor dem scheiß Käfer! Weglaufen! Weglaufen! Es ist so knapp! Alter, leck mich! Braucht Munition! Boah, der ist schon ein bisschen stressig. Ah! Ah! What the fuck? Von wo kommt der Scheiß? Alter! 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 Aqua! Lichtbad! Alter, man kann auch übertreiben! Schönes Arschloch schießen! Alter! What the fuck, ey! Was war das denn? Boah, Alter, was war das denn bitte gerade? 61 Abschüsse! Ah, weiter! Wir sind... What? D-Floyd und Tesa 34 haben mitgemacht! Hm, ist mir gar nicht aufgefallen! Ich gehe zurück zur Ranch! Ich muss über den nächsten Schritt nachdenken! Ich gehe zurück! I-i Ich gehe zurück! Ich gehe zurück!